Guten Morgen. Es ist so unglaublich schön hier. Wir haben im Zelt übernachtet. Jetzt bin ich gerade aufgewacht. Es ist halb acht. Ich hoffe, man versteht mich gut. Es ist einfach ein Traum. Mir ist es so sehr einfach hier zu sein. Es ist so wunderschön. Es ist das beste Essen überhaupt. Es ist so lecker. Ich bin im Himmel. Es war so wunderschön hier in Dohti. Wenn du mal einen Tagestrip machen willst und in Guwahati bist, der Hauptstadt von Assam, in der Norden ist eh wunderschön. Die Menschen sind so unglaublich gastfreundlich. Das ist auch einzigartig. Dann kommst du Dohti. Die Kosten waren jetzt für zwei Tage unser Car mit Driver, das hier steht. 4.400 Rupees, was so knapp 60 Euro sind. Und dann noch 2.600 Rupees für Übernachtung im Zelt mit vier Personen. Frühstück, Abendessen, Bootstour, was noch, Feuer abends, Rundumversorgung. Also insgesamt 25 Euro pro Person für zwei Tage, wo die einfach wunderschön waren. Alles immer. So, jetzt bin ich in Indiens sauberstem Dorf. Es gibt sogar Mülleimer. Und die Straßen sind, bzw. Wege sind tatsächlich sauber. Und hier ist ein Mülleimer. So, das ist echt erstaunlich. Hier liegt kein Höherum. Ich habe noch nie so laute Grillen gehört. Ich sehe sie schon. Die lebende Brücke. Ich stehe jetzt vor einer lebenden Brücke, die zusammengewachsen ist, aus zwei Bäumen. Über, ich glaube, ein paar hundert Jahre. Und etwa 500 Jahre alt ist. Ich bin ja näher. Ich habe noch mal auf, einen Spiegel und tiedge immer noch auf. Wir sind und zerstellen. Wir sind es, wir sind nicht in Ordnung. Aber wir sind nicht im, in Ordnung. Aber wir sind so, einen Hahn sind. Bis dann, wir sind wieder zum Glück. Und fertig ist alles. Alles gut. Wir sehen uns nicht mehr. Stufen. Und es ist heiß. Ich bin schon beim Runterlaufen durchgeschwitzt. Es sind etwa 35 Grad. Viewpoint. Viewpoint. Oh mein Gott. Das ist so schön. Wow. Wow. Oh. So, nach unserer Reise haben wir ein Team. Ja. Wir machen ein Video. Es regnet und gewittert in Indien. Oh, ist das schön nach der Hitze gestern. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so über Regen freue. Es regnet. Es regnet. Es regnet, es regnet. Es ist sehr kold. Wenn es sehr kold ist und ich fühle mich, oh, was ein Relief. Es ist immer sehr heiß. Und du hast es freezing. Das ist sehr lustig.